Es leidet halt die Koordination einfach drunter, wenn man auf der Zielgerade einfach nochmal alles aus sich rausholen möchte und ein Laktat 12, 13, 14 aufwärts hat, dann ist es nicht mehr so leicht, alles zu koordinieren. Aber es ist trotzdem machbar. Im meisten Rennen habe ich das auch geschafft. Bisschen ärgerlich, dass ich da die zwei direkt vor mir platzierten nicht mehr oder nicht halten konnte auf der Schlussrunde. Da hatte ich auch nicht den allerbesten Tag vielleicht, aber ich glaube, ich habe heute wirklich das Optimum rausgeholt. Da bin ich extrem schlecht gelaunt, wenn ich daran denke. Und da lief eigentlich alles falsch, was hätte falsch laufen können. Glücklicherweise muss ich sagen, dass ich wenigstens den letzten noch getroffen habe, mit drei Fehlern dann wegzugehen. Da wäre der Tag heute völlig gelaufen. Aber so mit 0,2 noch unter den Top 20 zu haussieren, ist, glaube ich, ganz okay. Bis Silber sind es jetzt 16, 17 Sekunden. Also es ist nicht allzu viel. Ich denke, das ist schon machbar. Und da möchte ich angreifen. Denke läuferisch, bin ich bei den Leuten absolut dabei. Also ich versuche jetzt erstmal die ersten Runden morgen noch nicht so viel über die Platzierung nachzudenken, sondern erstmal wieder Fokus auf dem Skistand und dann schauen, was jetzt auf der Schlussrunde geht.